Guten Tag, ich bin eine Reporterin und ich möchte Sie fragen um... Ich bin ein exzentrischer, cynischer Multimillionär aus Deutschland. Ihr Anzug ist sehr schön, Herr! Komm mit mir, mein Schatz. Ich zeige dir, wie ich wohne. Das ist ein Klo für meine Pferde, aber es ist nicht so prestigeträchtig, wie das in der Mitte von der Schaune. So ein Klo habe ich in meinem Leben noch nie gesehen! Was? Spottest du meine Liebe? Solche Klos haben sogar kleine Bauern in Berlin. Komm mit mir. Wir sind in der Küche. Jetzt werde ich Pommes frites essen. Vielen Dank! Nom nom nom. Entschuldigen Sie, darf ich Ihren Kühlschrank sehen? Guck mal, und das ist das Innere meines Kühlschranks. Man muss die Steaks essen. Wären Sie so höflich, um mir die Anlage zur Aufnahme von Ihren geaherten Körper Ausscheidungen zeigen! Das ist meine Latrine. Und das ist meine Badewanne, schätzen. Das ist ein Haus für meine Ameisen. Und zuletzt mein Garten. Oh nein, sind das irgendeine Schädlingen?! Ja, ja, ich muss ein Abschreckungsmittel von der Firma namens Repellent anwenden. Ich bedanke mich herzlich von Ihnen für… Und jetzt… Herr aus… sofort! ... Mmh.